Verleihungs Ninjutsu, umhüllt eine Klinge mit dem Blut des Opfers und erhöht ihre Reichweite. Wow, was? Okay. Das klingt brauchbar. Das klingt quasi wie, hey, ich mache einen Stealth-Attack-Shit und buffe danach meine Klinge. Eine Gebetschalte kannst du jetzt noch am oberen Durchgang holen. In welchem oberen Durchgang? Da wurde immer lang. Liegt da jetzt auch einer? Ich meine, das ist quasi da, wo ich lang will. Richtig. Von wo komme ich? Ich komme von hier. Ja, alter Mann, ich habe den Erfung gerecht. Die lag da schon immer, echt? Die lag da schon immer, habe ich die einfach übersehen oder ist die einfach schlichtweg nicht sichtbar gewesen? Ah ja, ich muss ja näher dran stehen, da war ja was. Du meinst den Durchgang hier. Hey Drago. Wo ist denn hier einer? Ähhhhhhhhh. You guys drank? Zwischen den beiden Balken? Echt dazwischen, wo ich mich gefühlt fünfmal umgeguckt habe und nie was gesehen habe? Oh mein Gott, sind die beiden Balken so hoch? Oh mein Gott, das ist die andere Richtung, die ich nicht angeguckt habe. Wir springen da jetzt ganz chillig hoch. Dankeschön. Elbe Schießpulver. Gimbitzpern. Cool. Yami lacht immer. Yami hasst mich einfach. Und wenn es mir schlecht geht, geht es allen anderen gut. Daran weißt du, dein Chat liebt dich. Woran erkennst du, dein Chat liebt dich? Er will dir immer nur das Schlichteste. Wenn ich dein Chat lieb, sagt er dir auch in Dark Souls. Nee nee nee, geh nicht zuerst zu den Gargoyles. Geh zuerst runter nach Blytown, das ist einfacher. Du musst zuerst die Glocke hinter Quillac machen, vor der Gargoyle Glocke. Das ist so Lore-Technik, das ist nur so. Weil Quillac ist auch ganz klar der erste Boss bei Brüste. So. Gabs alles schon. Was bist du? Kann man das andersrum machen? Nee nee. Kannst nicht andersrum machen. Ich mein, da sitzt ein Typ. Und da ist irgendwas, was mich töten will. Was bist du denn? Hi. Das war ne Piss-Easy-Krähe. Achja, Krähen können ja nicht fighten, wenn sie mit dem Rücken zerbannt sind. Da war ja was. Autsch. Autsch. Abwarten, wo zu aktivieren was. Bly ist das der, von dem wir letztens im TS geredet haben? Den, den ich vielleicht nicht irgendwo hin schicken sollte zum sterben? Oh, ich will nicht gehen. Ich bin direkt da. Ich bin da. Ich bin da. Oh, Herr忍. Das war's für heute. Ich habe mir das Gefühl, dass ich mich nicht mehr überraschend bin. Ich habe mich nur überraschend, dass ich mich nicht mehr überraschend bin. Ich habe mich nicht mehr überraschend gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das die Decision, die du meintest, Ravi? Weil ich weiß, dass der locker zum... Das ist quasi der Typ, der runter soll zu dem einen... Ich glaube, ich muss anfangen, multiple Saves zu machen, weil ich weiß, je nachdem, was du wie wo entscheidest, fuckst du dein Endgame. Weil ein pretty sure, wenn ich den da runter schicke, der ist tot. Der ist Ripperino. Aber vielleicht kann ich einfach die Decision später noch machen. Ich vermute, dass man ihn immer noch zum Paddler bringen kann. Ja, das ist das, was ich auch vermute. Xenians verließe durch den Gegner. Okay, ich erwähne, er verließe erst mal nicht. Okay, aber wie viele Punkte haben wir eigentlich? Oh, wir haben sagenhaft einen Punkt gemacht. Eigentlich mit einem Punkt, weil in dem Ichi-Tree irgendwas drohen, ich glaube nicht. So, let's mal gucken hier. Habe ich hier irgendwas? Ich meine, die bringt Unmengen, aber sowas von. Die will ich eigentlich alle haben, ne? Keine Ahnung, was das perfekte Ding ist, aber die will ich eigentlich alle haben. Wie kommt der Typ? Ich habe keine Ahnung, wie der hier runter kommt. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, stand er quasi ganz am Anfang am Brunnen oben und hat halt diese Chamisenspiele angehört. Und seitdem habe ich den nie wieder gesehen. 14 Updates. What? Handy, please. Please, you're fucking drunk. 14 Updates? What updaten wir denn alles? 14, Alter. Holy shit. Obwohl die Hälfte Schrott ist. That darfst aktualisieren. Das kannst du nur ignorieren. Bye, maybe den Mailclient. Immer lieber den Kalender. Oder der Rest, äh, Scrap. Gut, dass wir darüber geredet haben. Er sitzt danach am Loch, wo man sich runterstürzt. Oh, okay. Hm. Wird. Ich will den Scheiß haben. Wo kann man gute Skillpunkte formen? Weil das hier macht, die ganze Kampfkunst macht einem das Leben um Welten leichter. Alleine, weil du kannst komplett defensiv spielen plötzlich, oder du kannst komplett agressiv spielen. Der Typ hier unten ist für mich nicht weniger Unsinn als der kopflose Affe. Weil, ich hinterfrag gar nicht, warum was wo ist. Dafür habe ich noch zu wenig Ahnung von der Story. Ich fange jetzt auch mit XD an. Ja, Mann. Ihr solltet nicht alle XD machen. Ihr solltet einfach alle den Hildesmiley machen, was Doppelpunkt 3 ist. Doppelpunkt 3 macht alles besser. Meine Meinung. Der Shit hier sieht interessant aus. Überall Nebel, sodass ich alles vergesse. Was sind das für leuchtende Kackdinger? Kram leuchtet hier doch nicht umsonst. Die Hilde macht es oder so alles besser. Also ich muss, ich muss mich eigentlich mal hinsetzen und das machen, was ich hinter... WAH! Kampfkork! Holy Shit. Ich wollte eigentlich mal einen Hilde Remark machen. Also schon vor längerer Zeit, aber irgendwie... Nicht zu blöd. Gut, dass wir drüber geredet haben. Nichts attackiert mich, wenn ich hier drin stehe. Das ist dezent beruhigend. Ich meine, ich kann da definitiv runter. Ich habe da hinten einen Haken gesehen. Locket me on the street. Wie gesagt, Doppelpunkt 3 macht alles besser. Noch ein Haini, wer bist du? Oh, dass ich mich nicht Sechiniere gehangen habe. Ich habe da nicht überrascht. Ich kann da nicht einen Haufen. Ich kann mich nicht so sagen. Ich kann da nicht überrascheln. Ich bin der Haufen. Ich habe mich auf die Flucht-Schein gelegt, um die Flucht zu beschleunigen. Ich habe mich auf die Flucht-Schein gelegt, um die Flucht zu verhören. Das ist ein Flucht-Schein. Das ist ein Kind von alten Verlangen. Ok, ich soll irgendwen töten, schuhe. Ich sehe das Item hier nicht. Kommen wir da hin? Loot! 2 Level Nice? Da unten sind noch mehr Items. Schau mal einen an. Ich höre von unten Gelächter. Ich scheine anscheinend die Wahl zu haben, wo ich gerade lang gehen möchte, oder? Ich kann definitiv runter, von da komme ich. Ich könnte in die Richtung weiter? Oder ich könnte quasi runter? Ich gehe glaube ich jetzt erstmal oben weiter. Oh, ich habe das Ding gar nicht geändert. Ey dafür habe ich jetzt einen Gokkel der für mich fightet. Ich wollte doch das hier probieren. Ist das das Blutrauch? Ne, das hier. Wait, ich kann meinen eigenen Typen? Nein, nein, komm ja, bleib stehen! Ja, geh halt angreifen. Du machst das! Kill ihn! Nein! Lass meinen Kampfkoch in Ruhe! Böse! Böse! Sehr schön! Fest draufbeißen. Das sind alles Illusions. Interessant. Da ist ein Item hinter dem Baumstumpf. Ich sehe das genau. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Gott! Ich hasse neblige Kacke! Dann musste der mich wissen, wo du lang gehst! Und ich hab keine Ahnung. Eins Ich geb mir mein Leben zurück Gibt es einen Weg, den Nebel hier loszuwerden? Wirklich Sonne, den ganzen Tag kommst du nicht raus, aber sobald ich anfange zu streamen und auch nur ansatzweise einen Vorhang auf hab, ist die Sonne direkt da, nur um mir jedlichen Blick auf meinen Bildschirm zu holen. Ich sag es euch, wenn ihr Gamer seid, niemals Südseite wohnen, niemals. Jetzt seh ich ja wieder was, das ist ja der Wahnsinn Oh hier ist eigentlich grau und nicht schwarz Ich bin Gamer, wow Ravi Ich spring da jetzt einfach rüber, weil es kann Oh das geht Gott, ich hab jetzt schon total die Orientierung verloren Aber ich hör irgendwelche Woofies Unter mir, über mir, oh hier gehts runter Lovely Gebiet, richtig Lovely Yep, richtig, richtig Lovely Hier unten ist wahrscheinlich nichts, ist wahrscheinlich alles Bait Ich wusste es Lass mich doch bitte an meiner Flasche nuckeln Danke Come on Come on Oh da oben Oh da oben Ja cool, wie komm ich da hoch? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Natürlich gar nicht Obwohl ich kann hier hoch Komm an Danke Hier ist noch einer Er hält sich nicht fest Und ja Oh ich bin wieder hier, okay Ich besitze nur Nordseitenfenster Manchmal beneide ich dich Hinter mir Der Bogen-Typ, die sitzt da oben, okay Ob ich hier irgendwo lang kann, um da hoch zu kommen Nope, kann ich nicht Nichts sinnvolles Schön Hier hoch maybe Hi Ich hab grad was zum hochziehen gesehen Da Die ist klar Junge, dass das Krieg bedeutet, oder? Oh mein Gott, wenn die einfach immer neu beschworen Das ist ziemlich ätzend Kann ich Feierabend machen? Wie viel? Wie lange hast du denn noch? Ich höre hier noch einen Ich höre hier noch einen Die Frage ist wo? I don't like this Ich würde hier echt gerne hochklettern Den Pfad lang latschen Aber solange ich mit Pfeilen beschossen werde Ist das eher schlecht Ja Ja Okay Die Respawn Ja die Respawn Ja die Respawn sollte ich mich einfach beeilen hier lang zu kommen Prime ausgelaufen Prime ausgelaufen Wie kann nur dein Prime ausgelaufen? Ich hab mir auch wieder Amazon Prime geholt Aber auch nur wegen dem Twitch Prime Nintendo Ding Und da habt ihr heute Rausfinden müssen Dass eine meiner Lieblingsserien Auf fucking äh WTF Ähm Inzwischen auf Amazon Prime Und erstmal gefühlt chill ich die Dritte Staffel von The Expanse angefangen Fucking gute Serie Wir müssen mit der Discovery weiter gucken Ich hab wieder Lust Ja klar ist Prime ein guter Deal Okay Was sehe ich da unten? Ich sehe einen Fettsack Wahrscheinlich zwei Helfbars Ja natürlich Bitte sag mir nicht das ist ein fucking Affe Mit einem fucking 2 und Katana Mit einem fucking 2 und Katana Dann raste ich auf Star Trek Discovery Ja Star Trek Discovery Star Trek Discovery Question 1 Wie klaue ich den helfbar? Oh das ist der Den kennen wir doch Ja Der Auf geht Die Die Herz Die 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 Uppala! Okay. Die erste war gut, ich fand die erste Staffel ziemlich schwach. Oh oh, ah ah, ah ah. Also es gab in der ersten Staffel nur... Boah, so zwei, drei Sachen, die... Was heißt zwei, drei? Eigentlich gab es nur die Ansprache von... Goddammit. Fällt mir nicht mehr ein. Ich fand die erste auch all over the place. Die zweite war definitiv ein bisschen besser. Auch wenn es ein bisschen weird ist mit... Okay. Time to shit und überhaupt... Aber mein Gott. Damit kann ich leben. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Was? Oh, bin ich hier wieder beim dicken? Nee. Wucht noch schlimmer Trosten. Ich hab absolut kein Problem mit der zweiten Staffel. Gottdammit. Ach, das ist kein Thrust. Das ist ja beruhigend. Die eigentliche Frage, die ich mir stelle ist, wo muss ich lang? Ja. Und hier, bitches? Okay. Hier will ich nicht sein. What the fuck? Okay. Das Gebiet ist uncool. Das Gebiet ist sehr uncool. Besonders, weil... Irgendwie hab ich permanent Terror gekriegt, ich weiß nicht so oder so irgendwann getötet hätte. Ja, er hat mir grad basically mein komplettes Rückgrat rausgerissen. Das ist korrekt. Die Crew kriegt langsam Namen. Das ist beruhigend. Ich weiß, dass die komische Navigator Tussi... Irgendwie mal einen Namen hatte. Also die... Das Schiff liegt. Aber ich kann mich echt nicht mehr an den Namen erinnern. Das ist Jahrhunderte her. Ich glaube für 3 wird Sahu böse und vernichtet. Na, ich glaube nicht, dass Sahu... Ganz ehrlich, anfangs konnte ich Sahu nicht einschätzen. Und inzwischen ist Sahu mit einer meiner Lieblingscharakter aus der gesamten Serie. Ich muss hier runter, hm? Versuch mich jetzt hier mal rechts an der Wand zu halten. Irgendwie muss man hier doch durchkommen. Kann ich nicht einfach ein Dings benutzen? Jetzt wissen wo es lang geht. Na ja, ich vermute mal zu diesem Tempel hier. So wie der alte Mann mir gesagt hat. Und dann wahrscheinlich in die erste Etage und eins runter. So. So. Die Frage ist nur, wie kommt er hier hoch? Aber das läuft wirklich ganz sicher!